Neu bei VOX Ich bin Anni Friesinger, 16-mal Weltmeisterin, 3-mal Olympiasieherin. Sportlich habe ich wirklich alles erreicht. Aber jetzt wartet bei VOX eine echte Herausforderung auf mich. Ich trainiere vier Langstreckenläufer aus Kenia für einen Eisschnelllauf-Normaton. Sie waren noch nie in Europa, sie waren noch nie auf dem Eis. Eigentlich totaler Wahnsinn. Real Cool Runnings von Kenia aufs Eis. Ab 14. Januar. Neu bei VOX